Ich möchte doch nur runter. Hier war ich doch schon. Wie komme ich denn hier runter, Leute? Ich muss doch nur runter. Hi. Ich möchte, dass du das jetzt für dich mal analysierst, was eigentlich das Problem war. Hey Leute, was geht? Cardio, Beispiel Maps und Games. Und Leute, willkommen zu einem neuen Roblox-Video und willkommen zu einem neuen Kapitel hier bei Puppet. Ja, wir haben ja schon Kapitel 1, 2, 3 und 4. Und heute gibt es ein neues Kapitel, Kapitel 5, die Bibliothek. Und es wird ziemlich gruselig, sage ich euch. Die gruseligste Bibliothek, die es hier bei Roblox wahrscheinlich gibt. Und wir versuchen hier weiterzukommen in der Puppet-Geschichte. Und wir wurden ja schon von der Polizei festgenommen. Wir mussten aus dem Gefängnis entkommen. Und heute müssen wir in eine gruselige ja, Library. Da bin ich mal echt gespannt, was uns da heute erwartet. Okay, wir sind jetzt hier mitten in der Runde. Also wir haben jetzt noch acht Minuten Zeit. Ja, das sieht ein bisschen gruselig aus hier. Was haben wir denn? Okay, hier kommen wir noch nicht rein. Wir brauchen den grünen Schlüssel. Hallo, wer hat den grünen Schlüssel? Ach, es ist ziemlich dunkel hier in der Bibliothek. Okay, was haben wir? Können wir das mitnehmen? Nein, natürlich nicht! Okay, die Tür ist auf. Haben wir hier hinter was? Nein, können wir auch nicht. Wir brauchen auch einen gelben Schlüssel, bitte. Okay, wir brauchen hier ein Buch wahrscheinlich, um den Gang hier frei zu machen. Okay, hier hin. Hier, hier. Genau, du musst hier hin, bitte. Oder? Oh, nee. Ich glaube, das ist orange, ne? Ja, das passt nicht. Keiner hat auch orange dabei. Ah, Leute! Wir müssen hier raus. Ich habe blau. Dunkelblau. Ich weiß nicht, ob ich damit weiterkomme. Ich versuche es trotzdem mal. Nein, 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 nein! Komm runter. Aber ganz schnell. Komme ich hier hoch? Nein, natürlich nicht. Ein blaues Buch brauchen wir noch. Ein rotes Buch. Also gibt es unterschiedliche Bücher hier. Ja, logisch. Was haben wir denn hier? Ich habe Angst. Ah, er hat das blaue Buch schon mal gefunden. Ich gucke, ob wir hier oben noch was finden. Okay, das rote Schloss. Da komme ich nicht weiter. Ich gehe davon aus, dass blau einfach schon geöffnet ist. Okay, wir haben hier... Ah, okay. Ah, da müssen wir aber erst mal an grün ran. Da müssen wir erst mal an grün... Ah, hier. Blau. Passt. Hier, grün. Hi. Lass mich hier in Ruhe. Was willst du denn von mir? Kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Ich möchte doch einfach nur in Ruhe nach unten. Oh. Oh, falscher Weg. Ganz falsch. Ich möchte doch nur runter. Hier war ich doch schon. Oh. Ich will mich auch nicht in Ruhe lassen, ne? Wie komme ich denn hier runter? Leute! Ich muss doch nur runter! Achso, hier. Entschuldigung. Da. Jetzt brauche ich nochmal das. Und damit bitte einmal wechseln. Dann muss ich wieder nach oben, glaube ich. Ja. Komm. Wir haben noch vier Minuten Zeit. Das müssen wir doch schaffen, Leute. Ja. Also, dieses Kapitel ist auf jeden Fall groß. Also, die Map ist auf jeden Fall groß. Genau. Ich bin hier bei Rot vorbeigelaufen. Und dann muss ich, glaube ich, auch an... Hier muss ich ran, auf jeden Fall. Okay. Habe ich gemacht. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt gebracht hat, aber ich habe auf jeden Fall irgendwas betätigt. Rot. Perfekt. Wir folgen der Dame mit Rot am besten mal. Den roten Schlüssel hat. Das musst du einmal hier aufmachen, bitte. Sehr gut. Was haben wir denn hier alles? Okay. Die Stifte brauchen wir nicht. Okay. Du hast das rote Buch. Perfekt. Sehr gut. Das rote Buch bringt uns auf jeden Fall was. Dann müssen wir einmal nach unten. Befolgen ihr mal. Sie scheint Ahnung davon zu haben. Damit kann man, glaube ich, irgendwas wieder frei machen. Sei vorsichtig. Bitte sei vorsichtig. Nein, 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 nein. Komm nicht zu mir. Warte. Nein, nein, nein. Ist ja vorbeigelaufen. Ich weiß es nicht. Das war auch wieder was. Wo ich war. Ich glaube, hier muss ich auch rein. Ja, okay. Dann habe ich wirklich alle drei schon aufgemacht. Können wir hier entkommen? Das wäre mal richtig cool. Okay, das ist auch schon. Ich gehe, glaube ich, mal nach oben. Ich habe auch nicht mehr so viel Zeit. Ich habe doch schon... Leute, können wir hier nirgends wo raus? Ach, Leute. Oh, ich möchte doch nur raus aus Kapitel 5. Ich versuche jetzt noch mal unten einen Ausgang zu finden. Ich habe das Gefühl, oben sind wir nicht rauskommen, sondern unten. Da war, wo wir alle drei Stritches sozusagen anmachen mussten. Ah, hier, hier, hier. Sind wir entkommen? Yo! Okay, was steht hier jetzt? The New Yorker, the Heavens. Oh, ja, war ja klar. It must be the puppets. Ja, natürlich. Ach, Teddy ist auch noch dabei. Nur eine Person konnte entkommen? Wer? Alfred? The Young Man at the Hospital. Okay, ich glaube, das nächste Kapitel ist dann das Krankenhaus. Ja, we need to talk to him. You might know who is behind office. Okay, das, äh, fünfte Kapitel, äh, das sechste Kapitel ist auf jeden Fall. Komm, du schaffst es auch noch zu entkommen. Ja, komm, komm, du schaffst es. Die letzte Person. Komm schon! Ja! Tja, Puppet. Schade. Okay, das war Kapitel 5, was wir gespielt haben. Aber ich würde gerne noch ein, zwei Kapitel spielen. Ich glaube, Kapitel 4 haben wir noch gar nicht richtig geschafft. Aber wir wissen, wie die Geschichte jetzt weitergeht. Wir werden definitiv bei Kapitel 6 ins Krankenhaus kommen. Definitiv. Wir sind alle entkommen. Okay, wir spielen nochmal Kapitel 5. Gut, dann schauen wir uns alles nochmal genauer an. Ne, falls ihr auch nochmal Kapitel 5 spielen wollt. Oh, vielleicht schaffe ich es ja als, äh, Puppet diesmal. Ja, vielleicht schaffe ich es als Puppet. Ja. Versuchen wir es mal. Komm schon! Hier! Ach, schade! Aber ist okay. Das ist in Ordnung. Wir kriegen es trotzdem hin. Genau, das war Ende Kapitel 4, glaube ich. Dass wir irgendwo in die Stadt gekommen sind mit Teddy. Where do we go next? Ach, das war ein Wissenschaftler. Oh, also so ein Lamborghini würde ich gerne mitnehmen. Oh, wir sind in New York außerdem. Here we are. Ja, ich auch. Also ich finde, ich habe auch kein gutes Gefühl bei diesem Ort hier. Aber das hatten wir, äh, vorhin schon. Ach, hi Leute! So, wir müssen jetzt hier erstmal schön entkommen. Okay, wir müssen jetzt, glaube ich, nochmal... Ich gehe schon mal nach oben. Vielleicht finden wir da ja was. Aber ich glaube, der blaue Schlüssel war unten, oder? Oder? Pink war, glaube ich, auch oben. Hey. Zweimal? Okay. Das ist hellblau. Okay. Verstehe ich. Hast du schon was? Nein, auch noch nicht. Also wie gesagt, da finde ich das bei Kitty am besten. Da kann man schön groß sehen, was im Inventar ist. Okay. Grün. Aber ich brauche hier von hier unten noch was. Ich brauche den blauen Schlüssel. So. Dann wollen wir nochmal nach oben. Ich hoffe, oben war doch blau, oder nicht? Ich glaube schon. Ja, das ist aber so hellblau. Ich glaube, damit komme ich hier nicht rein. Nein. Oh, nein, 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 danke. Ach, hier oben ist jetzt pink. Das heißt, unten wird wahrscheinlich blau sein. Hier ist so rot. Okay. Oh, jetzt ist wieder das Monster hinter mir her. Hier brauchen wir ein grünes Buch. Alles klar. Ach, hier. Ach, Mann, was willst du denn jetzt von mir? Nein. Ich wurde erwischt. So schlecht. So schlecht. Aber wir haben ja Kapitel 5 schon geschafft. Okay, eine Runde machen wir noch. Ja. Hi. Hi. Ach, ich sehe, du spürst Robloch. Ja, tue ich. Na, du bist ja schon weg, oder? Ja, aber Kapitel 5 habe ich schon direkt geschafft, beim ersten Mal. Das ist jetzt das zweite Mal, was ich spiele. Wie lief das letztes Mal, als du Puppet gespielt hast? Ja, okay, das war ein bisschen. Ja, was meinst du denn, woran könnte es denn gelegen haben, bei dem letzten Puppet-Kapitel? Was denkst du? Weiß ich nicht. Ich glaube, das Team. Das Team war nicht so stark. Das Team? Ja. Das Team? Das Team, dass du das selber warst. Ich möchte, dass du das jetzt für dich mal analysierst, was eigentlich das Problem war. Das Kapitel ist halt schwer. Du spielst doch selber Piggy und so. Und du weißt, wenn du das alleine spielst, dann ist das viel schwieriger. Ich möchte ja, dass du dich selbst weiterentwickelst und dass du... Ey, du bist jünger als ich und du willst mir sagen, ich soll mich weiterentwickeln? Ja. Als ob es schon nicht reicht, dass du mir in Pause ständig sagst, nee, das ist so und so und so. Raus. Komm, nee, hab ich gar keine Lust drauf. Okay, wir spielen jetzt noch Kapitel 4 und, äh, vielleicht habt ihr es mitbekommen. Danja war zwischendurch hier. Und meinte so, öh, warum hast du denn Kapitel 4 nicht geschafft? Deswegen versuchen wir es jetzt nochmal. Kapitel 4. Das möchte ich auch schaffen. Ach, aber es hat mich erwischt. Nein! Hä? Ich bin noch Puppet. Warum gibt es denn jetzt die... Okay. Keine Ahnung. Äh, wir starten einfach. Okay. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und los! Da bin ich mal gespannt. Wo seid ihr da? Na, dich erwische ich doch bestimmt. Hä? Wie konntest du entkommen? Ah! Das tut mir leid. Aber es ging nicht anders. Ich weiß, dass auch einige Zuschauer dabei sind, gerade hier in diesem Gameplay. Aber es tut mir leid. Ich bin halt Puppet. Es tut mir leid. Sorry. Ja, man ist nicht so schnell als Puppet. Hä? Ich hatte dich doch! Oh nein, ich wurde erwischt. Jetzt habe ich dich! Yes! Gibt es noch weitere Spieler? Ich glaube nicht, oder? Nein! Auch das habe ich, glaube ich, geschafft. Ich schaue mir das mal kurz an. Yay! Leute, das war Puppet Kapitel 5. Wir haben es geschafft. Wie angekündigt, geht es wahrscheinlich bei Kapitel 6 zu dem Überlebenden ins Krankenhaus. Also, abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao! Ciao!